Hallo, heute stelle ich euch dieses kleine chinesische Klimagerät vor, das mit Wasser oder auch Eiswürfeln betrieben werden kann. Es wird geliefert mit einem USB-C Kabel. Das Gerät selber verfügt über einen aufladbaren Akku. Hier sehen wir den Anschluss. Hier soll die warme Luft eingesaugt werden und kommt vorne als kühle Luft wieder heraus. Es hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ist ein Nachtlicht mit eingebaut. Es ist beweglich, es dreht sich und sorgt auch noch für einen Wassersprühstoß. Schalten wir jetzt mal ein. Über die Lambellen kann man die Richtung vorstellen. Schalten. 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 Sch обязательно. Schalten. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Nachtlichtfunktion lässt sich auch ausschalten. Wenn man rechts ganz sanft den Knopf länger drückt, dann geht das Nachtlicht aus. Schöne, angenehme Kälte. Kälte, weil ich eben das Gerät mit Eiswürfeln betreibe. Was ist leider etwas minderwertig gemacht? Hier diese Befestigungsteile des Tragegriffes lösen sich schon bei geringster Berührung ab. Also zum Tragen ist dieses Gerät nicht geeignet. Mit diesen Händen soll man es fest in die beide Hände nehmen. Es läuft teilweise, wenn man das Gerät in die Hand nimmt oder berührt, unten Wasser aus. Aber ansonsten, es ist etwas für die Ecke im Büro. Weil mit der Zeit wird auch das Gelüftungsgeräusch etwas nervig. Zum Schlafen würde ich es nicht nehmen, weil einfach immer dieses Surren ist halt doch etwas nervig. Aber ansonsten ist es ein schönes Gadget, kühlt, wenn man es eben vor allem mit Eiswürfeln betreibt. Von mir deshalb vier Sterne. Vielen Dank. Vielen Dank.